Grimma ist bunt. Und das trotz oder gerade in Corona-Zeiten. Zu Beginn der zahlreichen Einschränkungen machte ein Glücksschwein auf dem Grimma-Marktplatz von sich reden. Dieses geht online mittlerweile auf Wandertour. Daraus entwickelt sich nun auch ein Suchspiel, welches die Menschen erheitert. Ein anderes Spiel oder eine kreative Idee ist bereits vorhanden. Jeder kann daran an der Pöppelmannbrücke teilhaben. Täglich wachsend findet sich hier eine Steinkette. Hoffnung, Glück, Mutmacher. Diverse bunte Steine, jeder mit einer persönlichen Geschichte und Botschaft. Ein Zufallsprodukt, welches nun mittlerweile für ein Schmunzeln in Krisenzeiten und auch für ein klein wenig Hoffnung sorgt. Auch die lange Straße war während der Schließzeit zahlreiche Geschäfte gefüllt mit schönen Botschaften. Überall wird versucht, trotz der schwierigen Zeiten Zuversicht zu wahren. Gemeinsam wurde man kreativ. Ob Stadt, Geschäftsinhaber der Gewerbeverein oder die Lokalpatriot-Initiative. Es wurde ein virtuelles Kaufhaus entwickelt, welches über die Social-Media-Kanäle Einkaufen in Grimmar Einblicke in die Grimmar-Geschäftswelt gibt. Dazu wurde eine Gutscheinaktion ins Leben gerufen, Gutscheine diverser Geschäfte gab und gibt es auch immer noch zu kaufen, um die Einzelhändler zu unterstützen. Passend zur Wiedereröffnung einiger kam auch die neue, mittlerweile fünfte Auflage des Grimmar-Aktionsheftes des Gewerbevereins heraus. Blättern lohnt sich, steht darauf geschrieben. Miteinander, füreinander. Zahlreiche Geschäfte bieten dort Aktionen an. Kreativität ist gefragt. Aus vielen spontanen Aktionen und Reaktionen auf die Einschränkungen entwickeln sich längerfristige Konzepte. Gottesdienste, die über das Fernsehen nach Hause übertragen werden, sollen auch zukünftig in irgendeiner Art und Weise weitergeführt werden. Das virtuelle Kaufhaus wird auch ausgebaut. Dazu sind zurzeit Einkaufsbeutel in Produktion, mit denen jeder ein Zeichen für seine Stadt und dessen Geschäfte setzen kann. Diese werden an verschiedenen Stellen erhältlich sein. Aber auch sonst geht es in Grimmar voran. Die Aldi-Baustelle nimmt langsam Form an. Auch in der Weberstraße sieht man Fortschritte. Im Erweiterungsbau der Oberschule Böhlen wurde nach vielen Jahren der Diskussion die Zeitkapsel als Grundsteinlegung eingesetzt. Vieles ist in Bewegung. Und das trotz Kontaktbeschränkungen und Negativnachrichten, die es zuhauf gibt. Auch aktuell gibt es viele schöne Dinge, die passieren und zeigen, dass die Menschen trotz Abstand doch auch irgendwie zusammenwachsen.